George, jetzt geht's los. Da ist der Saal. Ich hab die Frauen hier eingeladen. Ich finde das klasse, ja? Aber meine Kumpels warten. Wir gucken jetzt Terminator 17. Wahrscheinlich. Tschüss. Nein, komm jetzt mit. George, ich geh ja nicht ran. Ich will nicht. Hilf mir. Hilfe. Komm jetzt. Ich hab ja nichts gegen Handschellen, aber rosa Handschellen, das geht ja gar nicht. Jetzt kann's losgehen. Oh Gott, ich bin gefesselt. Also ich hab noch eine Möglichkeit gefunden, wie ich diesen Film doch nicht anschauen muss.